Mana, ich hatte schon überlegt, ob ich, während ich rede, nebenbei ein bisschen TFT spiele. Aber ich mach's nicht. Ich hab mittlerweile sogar die Musik ausgemacht. Oh, oh, oh. Kannst du mal sehen, so fokussier ich mich auf dich. Das sagt er nur, weil er irgendwann auch mal vorbeikommen möchte, dass ich mal Smash spielen oder Mario Kart oder ich am 5.7. vorbeikomme. Ja, nachher. Klar, auf jeden Fall. Wir müssen mal TFT mit Rockley spielen, das ist bestimmt lustig. Ich hab schon mal TFT gewonnen. Oh, weh. Also zusammenspielen, ich weiß ja nicht. TFT, nur ganz kurz angeschnitten, das ist dieses Auto, früher hieß es ja Autoschess, ich denke mal heute läuft es besser unter Autobattler, unter dem Begriff. Wo du quasi verschiedene Figuren nimmst, die haben Fertigkeiten, Skills, dann gibt's noch Items. Und dann lässt, willst du quasi dein Team aufbauen, welches dann automatisch selber spielt. Ja, das gibt's halt in verschiedenen Spielen, in verschiedenen Variationen, auch eigenständig. Und das gibt's halt dann, TFT ist dann halt die LOL-Version mit LOL-Charakteren. Ich glaub, Dota hat damit angefangen, ne? Dota hatte das zuerst gemacht. Ja, beziehungsweise nicht Dota selber, sondern es gab's eine Mod in Dota, die das dann gemacht hat. Dann hat's Dota als eigenständiges gemacht, dann kam TFT und dann hat jeder einen Autobattler gemacht. Und, äh, das Blöde ist an den Dingern, ähm, selbst wenn du da nicht voll reinsteigst, kannst du damit sehr gut Zeit totschlagen. Und das ist, ich find's so etwas gefährlich. Und ich hab, ich hab ein paar, Eco-Colon macht manchmal Turniere, TFT-Turniere. Und ich hab bei, mittlerweile drei Stück mitgemacht. Ich hab noch nie gewonnen, weil da immer voll die krassen Typen dabei sind. Ähm, aber die gehen unfassbar lange. Also das erste Turnier, ich glaub, da haben wir um 17 Uhr angefangen und ich glaub, die Nacht um eins haben wir aufgehört. Da waren wir durch. Ah, es war krass. Ja, hä, meins auch, Mann. Ich hab's aber auch im Homeoffice damals viel gespielt. Meins auch. Heute erst wieder. Wir haben, ich bin ja, ich bin ja, äh, Azubi, ähm, und, äh, jeden Freitag haben wir Azubi-Schulungen. Und heute hab ich so, ist das jetzt aufgeklappt, hab die angemacht, Kopfhörer aufgesetzt, ein bisschen zugehört, falls ich angesprochen werde, und hab nebenbei TFT gespielt. Das mach ich ziemlich oft. Die Azubis, die lernen nichts mehr, die wollen gar nicht richtig arbeiten, sind nur noch neben einem Daddel-Homeoffice-Wahlfehler. Nee, das hat damit wenig zu tun, tatsächlich. Es hat eigentlich eher damit zu tun, dass die Themen, die da angeschnitten werden, entweder kann ich sie schon, das heißt, sie sind für mich unrelevant, oder die Themen kenn ich nicht. Und es wird aber irgendwo mittendrin angefangen und ich hab ADS und deswegen, wenn mittendrin angefangen wird und ich den Faden nicht kriege, ist fertig. Dann komm ich eh nicht hinterher. Fühlig. Und heute hatten wir Backup und das hab ich schon zu Genüge gemacht. Ja, ich kenn der Brian. So, wir gehen aber nochmal zurück zu LOL, E-Spot und so ein Kram, so ein Schnickschnack. Den Satz wirst du heute noch öfter sagen. Was? Den Satz wirst du heute noch öfter sagen. Meinst du? Zieh mir sicher. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ich kann auch komplett mich nur noch auf dich fokussieren und auf die Fragen und dann knallhart einfach runterpumpen, dann sind wir in zehn Minuten durch und das wollen wir wahrscheinlich auch nicht. Ja, dann spielen wir ein bisschen Zweisch, ist doch gut. Ja, ein bisschen mehr Diablo 4, das Spiel muss ja heute noch durchgespielt werden. Nee, ähm, Royal Blue. Ähm, du hast ja schon erwähnt, dass du die ein oder andere Stunde so als Aufwand hergeben musstest, zum Beispiel um halt diese Tryouts zu organisieren, zu machen, zu analysieren und dann halt die ganzen Aufgaben, die du als Head of League of Legends da machen musstest. Jetzt mal eine ganz wilde Frage, aber gab es dafür so eine Entlohnung oder ist das so alles auf ehrenamtlicher Basis gewesen? Der E-Sport ist erstmal grundlegend ein Ehrenamt, ähm, das muss man so ganz offen sagen. Ähm, bei mir, ich hatte einen kleinen Glücksfall, sag ich mal so, ähm, Royal Blue hat mir am Anfang, als ich angefangen hab, ähm, ich hatte ja erwähnt, dass ich als Caster angefangen hab dort. Und, äh, ich hatte vorher ein Rode NT-USB-Mikrofon, ähm, und das fand ich nicht so geil und war die ganze Zeit schon auf der Suche nach einem neuen und dann hab ich gesagt, pass auf Leute, ich übernehme den Bums und dafür bekomme ich noch ein Mikrofon. Dann hieß es, okay, such dir eins aus und dann hab ich natürlich das Shure SM7B dahin geschickt und hab gesagt, das hätte ich gern. Dann haben die ausgerechnet, wie lange ich dafür mich verpflichten muss. Das war dann so im Nachhinein betrachtet zu lang, aber es war okay, also ich hatte ja eine gute Zeit dort. Ähm, ja, die kann ich nicht abstellen. Die kann ich leider, leider nicht abstellen. Ruhe, Amy, wir sind hier am Sonntag. Ähm, und ja, dann hab ich halt, also meine Entlohnung für die zwei Jahre, oder sag ich mal für die Vertragslänge, die ich hatte, ähm, war eine Palette Red Bull und, äh, das Mikrofon. Ähm, es ist auf jeden Fall nicht gang und gäbe, dass man was dafür bekommt. Es ist, wie ich eben sagte, eher ein Ehrenamt, ähm, aber es gibt natürlich mittlerweile, ähm, man ist ja, vielleicht, das hat bestimmt der eine oder andere schon mitbekommen in den Medien, man ist ja dabei, den E-Sport zu integrieren. Nicht alle Bundesländer machen da so mit, wie man sich das wünscht. Ähm, ich weiß gar nicht, ich hab, glaub, gestern erst was gelesen, irgendeinem Bundesland oder irgendein Land geht, glaub ich, wieder mit und, äh, sagt, okay, hier, wir sponsern da sogar einiges. An Moneten, Fördergelder nennt man's, glaub ich, ähm, dann geht schon ordentlich, was? Ähm, hier ist es so, ich sag mal, vor DIV 2, ähm, brauchst du eigentlich eher weniger damit rechnen, dass du was dafür bekommst. Ähm, aber in der Regel ist es halt auch so, dass du dann halt auch keine wirklichen Pflichten hast, sondern du machst das halt alles freiwillig und wenn du keinen Bock mehr hast, dann sagst du halt einfach, nö, mach ich nicht mehr. War jetzt bei mir halt anders, weil ich einen Vertrag hatte. Äh, Gott sei Dank bin ich früher rausgekommen, wegen Prüfungen und allem drum und dran, was so privat bei mir um die Ohren war, mit ein bisschen offen reden, geht alles. Ähm, aber ja, kurz und knapp, mh, ich habe bis dato, ja, nö, nö, ich hab eigentlich schon relativ viel bekommen. Relativ, ne. Ähm, auch Jersey und so habe ich ja teilweise ein bisschen, äh, mindestens vergünstigt, äh, mein, mein Royal Blue T-Shirt zum Beispiel habe ich, habe ich geschenkt bekommen. Ähm, also da geht schon ein bisschen was. Bei Eco Cologne zum Beispiel sieht das jetzt ein bisschen anders aus. Ähm, da gibt es halt so coole Sachen wie, yo, wenn bei uns in Köln was ist, bezahlen wir Fahrtkosten. Ähm, die hätten mich aufs Bootcamp mitgeschickt und ich hätte nichts zahlen müssen. Ähm, ja, die unterstützen, also egal was du willst, du kannst alles anfragen, ähm, in der Regel wird schon eher Ja gesagt, äh, als Nein, aber Eco Cologne ist halt im Vergleich zu Royal Blue auch sehr, sehr groß. Ähm, das ist eigentlich, eigentlich ist so ein bisschen der Vergleich Äpfel und Birnen. Ähm, das soll nicht Royal Blue abwerten, ähm, aber die sind halt einfach kleiner, Punkt. Ist halt so, gibt's ja kleine, große. Dann wollen wir mal, dann wollen wir mal einfach mal den Übergang auch wirklich machen. Ähm, wie kam es, oder was war der Grund, falls du darüber reden möchtest, dass du Royal Blue verlassen hast? Ähm, ich kann den Grund ziemlich genau nennen, ohne zu viel zu verraten. Ähm, ich konnte mich selber nicht mehr mit dem identifizieren, was Royal Blue machen wollte. Mit League of Legends. Ähm, weil auch wenn ich vielleicht der Herd of LoL war, beziehungsweise ein Split war ich noch da, da war ich's nicht, da hab ich das dann langsam abgegeben gehabt. Ähm, auch wenn ich der Herd of LoL war, gibt's halt immer noch Leute, die hierarisch, heißt das so? Ja, hierarisch, ne? Die Anzüge oben. Ähm, die halt über mir stehen. Ähm, und die wollen halt natürlich auch immer einen Gegenwert haben, wenn sie was weggeben. Logischerweise, ist ja auch verständlich. Ähm, aber die, das hat mir teilweise nicht so gepasst, wie sie das, ähm, gehandhabt haben. Ähm, und da hatte ich dann keine Lust mehr drauf. Das wollte ich dann nicht mehr. Ähm, das war zumindest der Grund, warum ich generell weg von Royal Blue wollte, aber grundlegend, ähm, dort aufgehört zu arbeiten, sag ich mal, hab ich ja, wie gesagt, wegen privaten Sachen Prüfungen und Ausbildung hab ich fertig gemacht und ich hatte nicht mehr so viel Zeit und, ne? Ähm, das war so eher, glaub ich, der Grund. Aber wie gesagt, wenn die Werte nicht mehr stimmen, dann bin ich da leider raus. Dafür bin ich zu strikt. Ja, ne, das fühle ich absolut und ich finde, das ist auch richtig, weil das bringt weder der einen noch der anderen Partei etwas und, äh, vor allem, wenn es der eigenen Partei, wenn es einem selber da halt zu stark gegen den Strich geht, äh, dann, dann ist das eh nur eine Quälerei. Musik 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 Musik